hallo welt da sind wir wieder hier bei unserer ersten basis bei unserer ersten basis sind wir und wir helfen den flüchtlingen das heißt diesmal helfen wir den guten samaritern eric fährt mit sarah zusammen hallo sarah hallo youtube ja wir haben noch eine mission am laufen von dem herr mit dem kreis hat sich eine hummel gestochen vielleicht gut ja wir lassen den kleinen flitzer hier weil wir benzin mannen haben genau oder soll mit denen hier nehmen ich sehe gerade die springen hinten rein vorne wer für dich noch einen platz ja dann nehmen wir den hier ich kann auch hinten einsteigen dann mal los links links und dann unten wieder links das auto lässt sich super das hatten wendekreis wie ein panzer also nicht dass es sich auf der stelle drehen könnte leider aber das müsste dafür auch ziemlich stabil sein erstmal geradeaus immer der straße nach wenn ich mich nicht täusche hinter der feuerwehrstation hinter der feuerwehrstation dann erst irgendwo links ist auch noch ein auto? warte mal kurz Nein, guck mal hier, beat it up Mal gucken, ob der was drinnen hat vielleicht hat der ja auch irgendwie benzin ja, der hat nichts ist hier benzin? wenn wir schon bei einer tankstelle sind aber hier waren wir, glaub ich, schon mal, oder? das ist, glaub ich, deine tankstelle also ein außenposten von dir so, warum haben wir da nie benzin? ich, wahrscheinlich haben wir in der basis schon benzin ne, eben nicht ist ja keins mehr so, dann komm, steigt ein miters, ihr seid gut miters, ihr seid nach vorne Und, Moment, Vorsicht, gleich links, aber jetzt nicht sofort, die nächste, jetzt links. Hier ist es schon. Ja, warum springst du raus während der Fahrt? Weil ich dachte, wir halten an. Nee, wenn die Oster sind, besser nicht. So, sprech mal mit ihr. Wer ist Manja? Nee, das ist Ricky. Manja. Macht schnell, wir vertrauen euren Freunden nicht. Kann ich euch überzeugen, zu verschwinden? Es wird sich für euch auszahlen. Oh, die sind ja friedlich. Ja, toll, die wollen auch Benzin, Richie. Ja, wir können... Wir wollen Benzin. Wir können ja nicht allen helfen, oder? Aber irgendwie geht's... Ja, nee, sonst gehen die nicht. Es gehört zur Mission. Warte, wir gucken mal hier drinnen, ob du wusstest, was zum Looten kann. Haben die? Ja, ich wollte durchsuchen, hallo? Haben die da drinnen was? Äh, du kannst auch looten, glaube ich. Also ich kann jedenfalls hier was... Ach, Energydrink, hallo. Naja, wenn man mal Durst hat. Ach, die lassen mich alle nicht durch hier. Nö, ich glaub... Äh, ja doch, hier könnte was sein. Oh, hier waren wir schon. Eine Pistole und Munition habe ich... Äh, 22er. Und die Devilet 22. Ähm, ja, da muss ich nochmal... Äh, nachfragen, wenn es sie... Oder gucken wir hier bei den Häusern. Ja, wir waren schon mal hier und haben den einzelnen Tampon... ...haben wir auch hier gelassen. Hoffentlich ist er nicht benutzt. Luxusgegenstand Hygiene. Ah. Nee, ich lasse die Sachen alle hier. Die haben wir schon mal hier gelassen. Medizin ist gut. Hier war das doch mit dem Kollos, als ich da auf dem Auto saß... ...oder in einem Anhänger oder so und nicht wegkam. Ja. Siehst du gut, Samen? Ja, sowas kann man immer gebrauchen. No more hordes of slabbering und dead. Must be our lucky day. Hm, nochmal Samen. Vier von Sätze bündet. Da draußen hört sich's aber wild an. Ja, das sind nur zwei, die da so Randale machen. Oh, jetzt sind sie reingekommen. Und für mich nichts hier? Nö, ich hab nix gesehen. Na dann. Okay. Vielleicht deinem Schuppen? We know they don't like us yet. Don't make it worse. Nee. Jetzt sind nicht danach aus. Okay. Nein? Ja. Ach, fragen wir nochmal nach Ressourcen-Benzin. Und Selahs turning berichtet. Versuch dort deinen Blick. Oh, ist ja nicht weit. Können wir eigentlich hinlaufen? Ja, würde ich nämlich auch sagen. Das ist die Feuerwehrwache, da waren wir aber auch schon. Moment. Wo lauf ich denn hin? Ich möchte das mal gehen, danke. 300 Meter. Ja, wenn kein Koloss, Ferala oder so kommt, dann könnten wir das schaffen. Das ist aber eine fette Horde auf der Straße. Und das Klima ist irgendwo hier. Oh, gut. Oh, gut. Oh, gut. Ich war gespannt, ob wir da Benzin finden. Wie gesagt, wir waren ganz am Anfang mal da, also wir kennen das eigentlich schon. Ich bin nur mit mir, ich versuche mich nicht zufrieden. Ich habe einen Rast. Also hier drin scheint ich zu sein. Was war das? Telefon. Komm mal beiseite. Moment. Okay, ich habe einen Benzin gefunden. Oh, das würde ja schon reichen. Ich gucke noch schnell da oben. Für mich ist es hier gar nichts. Okay, dann... Sollen wir zulassen, wir wieder zurückkommen? Ich mache mir eben... Mein Telefon auf Vibration. Also hier ist es hier gar nichts. Ich höre etwas. Wahrscheinlich mehr Zed's. Wieso gehst du nicht? Okay. Ich höre etwas. Äh, wohin zurück? Ich hätte jetzt auch gedacht, zurück zu den, äh... Schädelbrecher. Heißen die so? Schäbiger blauer Schuppen. Achso. Äh, guten Samariter, dahin doch, oder? Ne, die wollen doch keinen Benzin. Die, die Schädelbrecher. Äh, bei den guten Samaritern steht bei mir, bringen Manaya einen Packsack mit Benzin als Friedensangebot. Ja. Es ist da, wo ich sagte, die Schädelbrecher. Da, wo wir herkommen jetzt, ja. Ja, genau. Ja, dann flitzen wir los, komm. Kriegt er seinen Sack Benzin, dann ist es gut. Boah, wenn du glaubst. Du siehst das alles sehr optimistisch, Sarah. Vielleicht sollte ich einen Moment resten. Das ist alles, ich bekomme. Fast Rest. Trink Energie. Hm, da kannst du aber laufen. Energy Drink, das ist ja... Flitzen wie... Ich hab nur noch... Ohne Energie zu verlieren. Ich hab nur noch einen Schweif gesehen. Wegweich. Hey, das ist gut, dass ich das erste Mal die Energy Drink benutze. Spiel. Naja, dann... Wohl bekommst. Sie sollte man öfters mitnehmen. So, wer, der macht jetzt bla bla. Hier habt ihr euer Benzin. Oh, du... Da müsstest du Erik zurückbringen, zu seiner Basis hat es recht. Dann komme dann... Die Zombies sind aber trotzdem viel schneller. Wo bist denn du? Hier. Ich bring... Ich hab mal ein paar Zombies von unterwegs mitgebracht. Okay, ich bin drin. Hierher, entlang, ne? Rechts, links? Äh, rechts und dann immer geradeaus. Immer der Straße entlang. Oh, ein Feraler. Oh, der ist ausgerichten. Ja. Das machen die, neuerdings. Auch das noch. Dann kommen wir dann unsere Autos mitbekommen, oder? Von meiner? Von mir aus gerne, ja. Weiter... Hier, wir sind schon da. Gut, wir haben ihn zurückgebracht. Äh, falsche... falsche Tür. Den Standmixer soll ich denn jetzt mitnehmen? Ja, ja. Da ist seine Heimat. Ja. Und, fertig mit lustig jetzt? Okay, hat sich erledigt. Okay, die nächste Aufgabe. Bestimme das Vermächtnis deiner Gemeinschaft. Immer noch? Aber hier ist ja gar nichts. Verfolge die Ziele deines Anführers, hätten wir machen sollen. Sind das die mit dem Händler, der Gipfel? Ist das das? Mary ist ja Anführer. Ja, gehe zum Handelstreffen, haben wir da. Ja. Ja, aber das machen wir, wenn dann erst im nächsten Part. Mhm. Ja. Gut, dann haben wir das nämlich erledigt hier. Okay. Das heißt, wir müssen das andere Auto noch ein bisschen ausladen, was wir mitnehmen wollen. Ja. Und den Rest lassen wir hier. Okay. Ach, da ist eh nichts drin im Wagen. Gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ja, für eure Kommentare und für eure Likes. Und falls ihr es noch nicht getan habt, wir freuen uns natürlich über ein Abo. Also lasst ruhig ein Abo für uns da. Vielen Dank. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke. Tschüss. Löser. Wenn es nicht Plaza ist ein Abo. Be sag ihr «Instrastungen.